wunderschönen guten abend und willkommen zurück zu einer weiteren folge unruhly heroes für die nintendo switch und ja wir befinden uns im dschungel der verdammnis und werden direkt mal loslegen so war jetzt immer noch haben aber wie so springt was da los rückt na gut nicht geplant wir brauchen ihn hier ok man jetzt der freigestellt geht oder natürlich gut zielen kann gleich weiß nicht so schlecht ziehen bei dem das gleiche noch mal die tür auf können wir direkt weiter weiter Ach Quatsch, hab ich selber Platz gemacht Matt, natürlich nicht so cool. Ach guck mal, das ist der Koko-Typ, den wir besiegt haben. Weg hier. Ah guck mal, oh ich kann gleich direkt speichern, perfekt. Da ist ein. Das Schwein ist schon irgendwie ganz witzig. Hier kann man auch machen. Geht vielleicht gleich von allein zu, ich weiß es nicht. Weiß mal die Dinger hier. Aber anscheinend nicht. Oh, da müssen wir schon aufpassen. Na ok. Oh. 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 Dann besser springen. Da oben glaube ich, geht noch. Das war's schon. Super. Gucken wir, wie es weitergeht. Ah, hier hoch. Oder unsere... Oh, Alter, habt ihr gesehen die ganzen Dinger da unten? Alter, crazy. So. 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 Ich muss mich da schon... Ich muss mich da schon... Ich muss mich da schon platzen lassen. Ich mag gerne Luft haben. So. So, ich sollte euch keiner rauskommen, oder? Ah, ok. So geht's natürlich auch. So. Guck mal, so geht's auch. Ganz hier oben. Ah, ok. Clever. Na komm, wir brauchen ihn sogar. Super. Hier oben schweben. Ob das noch nicht gegen die Kanten kommt. Irgendwann verliert natürlich auch die Luft. Du musst nicht wissen. Oh, das war ja bescheuert. Dann habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass ich da oben gegen platzen kann. Oh, man. Ja, wir brauchen das Schweinchen dafür leider. Auch wenn es jetzt hier mal runterkommt. So. Noch mal. Zack. Hier oben. Mann. Nein! Ah, ich muss schon früher die Luft rauslassen, irgendwie. Okay, nochmal. Sehr verrückt. Nein! Hä? Das steht jetzt nicht. Aber ich glaube da gibt es auch etwas anderes zu holen als die blöde Dinger. Ja, da wollen wir einfach hier weiter. Mist. Nein. Ich bin es. Eigentlich muss ich zugeben, will ich es doch noch mal wissen mit dem Schwein. Machen wir jetzt einfach mal anders. Na, ich finde ich mal da immer wieder gegen. Wieso? Na gut, will ich es doch nicht mehr wissen. Nervt mich das. Problem, wir müssen da hoch, sonst kriegen wir das Ding ja nicht auf sich gerade. Na, okay. Gut, wir müssen das doch noch machen. Okay, die Luft nicht mehr raus. Ah, jetzt. Okay. Gut. Hier geht es natürlich auch. So. Perfekt. Hier kommt drüber. Okay, aber wie kommen wir da? Das geht nicht. Okay, nochmal probieren. Wenn du dran hast! Komm ich da echt in Höhe rüber? Oh, das schafft man nicht. Das ist auch nur, die sind locker da zu holen. Ich glaube, das schafft man nicht. Wir gehen aber in diese Richtung jetzt hier. Warte. Ist man da längs? Scheint. Scheiße. Ist ja echt schwer, da hochzukommen. Ich wusste nicht, wie man da rüberkommen soll. Ja, super. Ah, das ist wieder so eine Stelle, die ich wieder hasse wahrscheinlich. Oh Mann. Wo ist denn da das? Verstehe ich nicht. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. also vielleicht okay dem kleinen schleuder dingster den man machen kann und geht das das ist doch nicht schlecht okay und speichern super und ein paar dinge einsammeln noch noch zack und bei jetzt wenn ich auch noch okay das trifft mich okay das gut Oh Mist Oh nein Okay das war's Komm schon Blödes Viecher Heieiei Gut Oh wo geht's da hin? Ladebalken Level abgeschlossen Machen wir gleich weiter mit dem nächsten würde ich sagen So Brummelnde Insekten Gucken wir uns doch mal an die brummenden Viecher Oh Okay Fahr durch machen Okay Da fehlt mein Leben ist nicht so cool Muss schon aufpassen So Oh Einfach kurzen Prozess mit der ganze Scheiße hier Gehen hier oben längs Ich gehe noch mal kurz Was ist das? Das klingt aber nicht gut Hier ist eine halbe Ah okay Dann müssen wir von da oben Okay warte So Oh mein da Eine kleine Brücke Okay 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 Ich dachte man könnte weiter runter Kann aber gar nicht Kann aber gar nicht Jetzt Oh nein Hüfte mal runter Okay Oh mein Gott Oh Oh Kann ich hier gerade nicht speichern Ist ja sehr ärgerlich Na gut Okay Okay Jetzt geht speichern Okay Jetzt geht speichern Eine andere Richtung Oh man So Okay Hier müssen wir schon schneller sein wahrscheinlich Okay Okay Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall das Eier befreit, glaube ich. Okay, wenn wir das dann noch lösen, dann lösen wir, glaube ich, so ein Riesen-Ei da hinten, oder was? Mal sehen. Da unten ist auch noch eins. Was? Achso, warte. Oh, nein. Okay. Da kommen wir nicht zurück, ne? Okay. Sind wir jetzt auch da runter? Wahrscheinlich. Uh. Oh. Oh, bumm. Den habe ich nicht gesehen. Naja. Und durch? Oh, warte. Oh, jetzt geht's los. Oh, oh. Ne Krabbe. Charlotte, eine hundertprozentige Biomischung aus Rheinbösen. Oh. Oh. oh nein scheiße for speed Oh nein! Ah, fütternte Arzt. Ich bin gewischt. hat dieses ekelige schleimling oh Mist, vielleicht hat er ein gutes Gefühl oh, verdammte Axt, aber das waren schon viele Schläge, die er bekommen hat oh komm schon, so, soll das noch gewesen sein oh, da stehen wir noch dran naja, wir haben besiegt darum gehts Level abgeschlossen sehr gut ja, das war's dann für heute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, tschüss davor 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 und ab war also Vielen Dank.